Musik Anlässlich des Weltkindertages vom 20. bis zum 26. September 2010 finden in elf Stuttgarter Stadtbezirken Veranstaltungen für Kinder mit zahlreichen Aktionen statt. So fand im Stadtteil Stammheim der 18. Stammheimer Kindergipfel Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe statt. Heute ist der 20. September und immer am 20. September ist Weltkindertag. Schon zum 18. Mal findet in Stammheim der Stammheimer Kindergipfel statt. Es treffen sich hier alle Kinder, um Spielangebote, Bastelangebote wahrzunehmen, und für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Später werden dann die Kinder den anwesenden Ehrengästen ihre Wünsche vortragen und sich unter den Gästen Paten suchen. Diese Paten sollten sich verpflichten, ein Jahr lang versuchen, den Wunsch der Kinder zu verwirklichen. Und im nächsten Jahr, am nächsten Weltkindertag, am 20. September 2011, wird dann geschaut, ob es denn gelungen ist, die Wünsche der Kinder zu erfüllen und wenn nicht, woran es denn gelegen hat. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog. Tschüss. Schönen, tschönen, tschönen, tschönen.